Wo ist das Scheiß-Ding, ja? Was ist das denn, ja? Boah, was ist das denn für ein Ding? Man sieht aus wie so eine Zauberlampe. Wer bist du? Ich bin dein Vater. Wie, wie, du bist mein Vater, kann nicht sein, ich kenn meinen Vater. Du Spaß nicht, ich bin dein Flaschengeist, wonach sieht's denn aus? Ja man, stimmt man, shit, Alter, dich gibt's ja wirklich. Hä, warte mal, warte mal, was hast du denn da an? Bruh, was ich anhab? Hast du noch nie einen Geist mit Gucci-Schuhn gesehen? Hä, seit wann hat ein Geist Gucci-Schuh an, man? Du Chewing, wir haben 2020, soll ich zum Daten mit Sandalen gehen oder was? Äh, egal, egal, kann ich mir jetzt was wünschen? Ja, beeil dich, Mann, ich hab keine Zeit. Äh, ja, okay, okay, Mann, fette Sache, Alter, ich wünsch mit zwei Freundinnen. Hä, bist du kaputt, Mann, alle wünschen sich Geld und du wünschst hier zwei Frauen? Lacht, Junge, du hast keine Ahnung, zwei Frauen, beste Leben. Okay, du kriegst die, aber unter einer Voraussetzung. Und die wäre? Hä? Du musst ein Jahr mit denen zusammenbleiben. Hahaha. Lein Cousin, ich bleib sogar 100 Jahre mit denen zusammen. Hast du einen Schaden? Ja, ist okay, ist erledigt. Hä, was erledigt, Mann? Wo sind die denn, Mann? Ich seh nix. Du Spasti, denkst du, ich kann die Herz zaubern oder was? Ja, normal, wie willst du die denn so viel her holen? Ich hab die schon bestellt, Mann, die kommt per Post. Was? Die per Post, Mann? Bist du doof oder so? Boah, Junge, Alter, du gehst mir auf den Sarg, ich bin weg. Ey, warte mal, warte mal, ey, 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 hallo, hallo, ich hab doch noch zwei Wünsche frei. Geh kacken, du Köln, lass mich in Ruhe. Was ein Mensch, Alter. Was ist das denn, ja? Der Typ meint das ja richtig ernst. Hey, Schatz. Hi, Schatz. Ja, Baby, ja, was du willst. Hey, Schatz, ich liebe dich. Wie heißt ihr denn beide? Du kannst uns nennen, wie du willst. Ah, okay, ich nenn euch eins und zwei. Okay. Spaß, Spaß, ich nenn euch Ying und Yang. Okay. Ach nein, ich mach doch nur Spaß. Ich nenn euch Lolita und Bonita. Und was machen wir jetzt? Was wir machen? Was wir da freuen, wir zwei Männer. Das ist aber viel. Freunde. Wer ist der King? Die Unit ist der King. Wer ist am Putzen? Wir sind am Putzen. Zwei Perl hat er. Putze, putze. Oh. Guten Morgen, Brüder. Was geht ab? Wie ist meine Pennen da? Habibi, wer kann decken? Ja, Babys. Guten Morgen. Oh. Bruder, ich hab Mbappé und Neymar in eine Ecke. Ich hab Ronaldo ummäßig gezogen. Mann, wer da kommt. Ey, dieser Junis, was ein Glückspilz, Alter. Alter, der Typ hat einfach zwei Freundinnen. Wie macht er das, dass beide damit einverstanden sind? Krasser Typ, Alter. Was machst du da? Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich mach Auge auf ihn. Alter, sag doch mal Bescheid. Das kannst du doch nicht ohne mich machen. Nein, ich geh nach vorne. Mit Sicherheit gehst du nicht nach vorne. Natürlich, ich geh jetzt. Doch, nein. Ich geh nach vorne. Ich glaub, es hat funktioniert. Da passiert was. Die streiten sich. Ich bin seine Freundin. Nein, ich bin seine Freundin. Ja, und ich bin auch seine Freundin. Ja, ist mir egal. Ich bin auch seine Freundin. Nein. Was willst du eigentlich von mir? Ich geh jetzt nach vorne. Ich geh nach vorne. Hey, hey, hey. Stopp, was ist los mit euch? Ich wollte einfach vorne sehen. Ich bin nach vorne. Nein, ich geh nach vorne. Hört mal zu, wisst ihr was? Ihr könnt euch abwechseln. Erstmal gehst du und dann gehst du, okay? Ja. Okay, steig ein. Boah. So, steh mal jetzt auf, ich bin jetzt dran. Ich liege gerade mal eine Minute. Nee, das waren jetzt fünf Minuten. Das reicht jetzt. Bonita, komm, sei mal bitte lieb und lass die auch mal. Könnt euch mal abwechseln, wenn ihr wollt. Okay, komm. Hey, was kommt? Bleib doch mal sitzen. Ich kann nicht mal vernünftig den Film gucken. Entspannt euch doch mal. Wenigstens 20 Minuten. Bleib mal sitzen. Okay, Lolita, dann erzähl mir mal deine Probleme. Ja, ich hab dir doch schon erzählt. Ich hatte einen Friseurtermin und eigentlich hab ich dem gesagt, ich möchte Platinblonde Haare haben. Sieht das aus wie Platinblond? Nein, das ist kein Platinblond. Abgesehen davon wollte ich meine Spitzen schneiden lassen und hab gesagt, zwei Zentimeter höchstens. Und wie viel hat er mir abgeschnitten? 30 oder so? Ich muss mir vorstellen, ich will ihm auch meine Probleme erzählen. Boah, okay, beeil dich. Ich muss gleich weitererzählen. Auf jeden Fall war ich heute in der Druckerie und ich wollte meine Lieblingslinie-Pantosche kaufen und dann war die einfach nicht da. Ich fragte den Abteilungsleiter, wo die ist und er sagt, die gibt's erst nächste Woche. Nächste Woche. So reicht jetzt, ich bin wieder dran. Ja, okay. Stopp! Stopp! Reicht doch langsam! Reicht! 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 Stopp! Kein Bock mehr! Seid ihr überhaupt Menschen? Was seid ihr für Menschen, Mann? Weißt du was? Ich geb wieder die Flaschen der Suche. Kein Bock mehr auf euch! Wo ist das Ding? Lolita! Lolita! Sag mal, habt ihr eine Flasche gesehen im Keller? Die sieht aus wie so eine Teekanne. Meinst du die hier mit dem Flaschengeist? Ja, was habt ihr damit gemacht? Ja, wir haben uns was gewünscht. Ach echt? Und was habt ihr euch gewünscht? Ja, wir haben dem Flaschengeist gesagt, wir wollen das gleiche wie du. Du musst ein Jahr mit denen zusammenbleiben. Bro! Wie du mich anguckst, Mann! Du sollst mich angucken und lachen! Du bist froh! Aber wo lachen soll ich? Ich hatte erschrocken! Oh mein Gott! Ja, wir machen das nicht. Leises, Mann! Wraz! 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 Okay, Fokus, Fokus. Wie weit? Ich hab gemütlich. Meine Mutter guckt so an. Mama, das ist alles nur Show. Scheiße, ich denke, das hat auch meine Eltern. Oh, shit, Alter. Hä, ich denke, ich warte mal eine Minute. Nochmal. Das wird so elastisch. Oh, shit, Alter. Oh, shit. Oh. Okay. Das hätte ich so behindert, Alter. Benita. Okay, komm. Ey, wartet doch mal, Alter. War das los mit euch? Reicht doch mal, ich will mal, ich will mal... Scheiße, Alter. Mein Gott, ja. Ey, wartet doch mal, reicht doch jetzt, Alter. Reicht, ich will nicht... Ey, war das los mit mir, ja? Ich krieg den Satz nicht mal ein... Ich kann nicht mal den Film richtig gucken. Bleibt doch mal wenigstens 20 Minuten sitzen. Alles ein... Nein, nein, nein. Oh, shit. Meine Finger auf den Film. Das ist... Habt ihr überhaupt einen Schaden? Oder was auch noch? Was auch noch? Keine Ahnung, Alter. Das... Das... Oh, mein... Ach, der war ein Schaden, Alter. Sieht behindert aus? Nein, total. Wie alt ist heute? Das war Herr die. Das war's, dass ich zum stellen muss. Und was令 ich darunter noch anziehen? Aua, Junis, war der, das war so ein alter Gerät. Okay, okay. Ey, dieser Junis, ne? Okay, okay. Guck mich nicht an, guck einfach die ganze Zeit dahin, okay? Guck einfach dahin. Ja, guck den nicht an. Ich guck doch gar nicht, Junge. Ey, guck doch mal weg, Alter. Ich guck mal dahin, Junge, ich hab schon mal geguckt. Okay, okay. Okay, okay, komm. Eins. Also, du musst dir vorstellen, genau. Genau, genau so. Guck mal, zack. Du musst hier auf diese bleiben. Zack. Einfach so. Ja, das ist schwer, ja? Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich mach Auge auf ihn. Warte mal. Das war mal gut. 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 Das war gut. Das war gut. Wenn du das, wenn du das ohne ... Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich mach Auge auf ihn. Ich hab krassere Auge als Jonas Jonas. Was ist los? Dein Auge war krass. Warte mal, dein Auge war krass. Warte mal. Boah. Ich glaube, es hat funktioniert. Da passiert was. Die streiten sich. Scheiße Alter, das war es eigentlich, ne?